In diesem Video soll es darum gehen, wie ihr eure Feldgrenzen von eurem Schlepper exportieren könnt. Wir werden das Ganze dann in Kugis importieren, von dort etwas konvertieren zu einer Applikationskarte und werden diese dann natürlich so bearbeiten, wie wir es möchten und am Ende natürlich auch wieder für ein Fendt-System exportieren. Ich werde euch das an dem System vom S4-Schlepper zeigen und auch von dem neuen Fendt-One-System. Am Ende möchte ich euch dann natürlich auch noch ein paar Tipps und Tricks mitgeben, worauf ihr achten müsst, wenn ihr diese Karte erstellt und auch, was es für Unterschiede gibt im Format der Applikationskarten. Also, lass uns direkt loslegen. Wir starten also wieder mit unserem alten Kugis-Projekt, was wir zuletzt auch schon geöffnet hatten. Dort haben wir diese schöne Google-Karte importiert und ich möchte nun als erstes eine Fendt-Datei oder die Feldgrenze sozusagen zur Kugis hinzufügen. Dafür habe ich mir schon mal eine Fläche heruntergeladen von unserem Schlepper. Man muss dabei wissen, dass es bei Fendt so ist, die speichern ihre Flächendaten in einer SIP-Datei. Das heißt, ihr müsstet oder euer Rechner vielmehr müsste in der Lage sein, eine SIP-Datei zu empacken. Also, ein Doppelklick auf die Datei, dann öffnet sich die SIP-Datei und ihr findet hier eine KML. Das heißt, ich habe in diesem Fall Google Earth installiert. Das wäre ganz gut, dass ihr das auch habt, um die Datei zu öffnen. Und damit kann man dann die entsprechende Feldgrenze einfach dort rausspeichern. Jetzt öffnet sich in Google hier die Fläche, die wir importiert haben. Und hier oben dieses kleine blaue Dreieck. Hier gibt es witzigerweise mittlerweile zwei. Ich weiß nicht, ob Fendt hier die virtuelle Feldgrenze mittlerweile mit abspeichert. Die benötigen wir nicht, sondern wir benötigen nur diese Feldgrenze, also nur diese eine blaue Spur. Und um die jetzt extra zu speichern, klicke ich hier mit rechts drauf auf Ort speichern unter und speichere das Ganze einfach auf dem Desktop. Er schlägt mir hier placemark.kmz vor. Das reicht mir schon. Ich schließe Google wieder, weil ich es nicht benötige. Und nun habe ich hier auf dem Desktop so eine Placemark. Mit gedrückter linker Maustaste kann ich diese Datei jetzt in Kugels hineinziehen. Und er fragt mich, ob ich diese Datei importieren möchte. Ich klicke also hier auf Layer hinzufügen. Und wenn ich auf den Layer raufzoome, sehe ich, ich habe die Datei erfolgreich importiert. Sehr gut. Das heißt, ihr habt die Feldgrenze von Fendt jetzt schon mal in Kugels importiert. Problem an der Sache ist jetzt, wir können sie noch nicht zu einer Applikationskarte verarbeiten, da Fendt die Eigenschaft hat, seine Feldgrenzen als Linien zu speichern und nicht als Flächen. Und um dieses jetzt zu konvertieren, müssen wir einen Zwischenschritt machen. Gehen also hier oben auf Vektor, Geometriewerkzeuge, Linien zu Polygonen. Das heißt, wir formen diese Linie in ein Polygon um und können das Ganze dann für Feldgrenzen, auch für den Agrarentag oder auch für Applikationskarten nutzen. Ich möchte die Datei nun nicht speichern, deswegen lasse ich sie hier als Temporär-Layer. Klicke dann hier auf Starten und danach direkt auf Schließen. Und die Datei wurde jetzt schon angelegt. Nun können wir hier auch die Placemark-Datei schon wieder löschen, die benötigen wir jetzt nicht mehr in diesem Fall. Um die Datei neu zu oder fest zu speichern, klicke ich als erstes dann immer rechts auf Export und speichere mir als erstes die Datei schon mal ab. Nun kann ich hier oben das Format auswählen, das werde ich bei Esri-Shape-Datei lassen. Und unter diesen drei Punkten kann ich den Speicherort festlegen. Ich packe es jetzt erstmal in meinen Ordner hier und nenne das Ganze dann Schlag9-Harnstoff meinetwegen. Dann erstelle mir jetzt einfach eine Dünger-Datei. Wichtig ist, dass das Koordinatenbezugssystem mit dem Code EPSG 436 abgespeichert wird. Das ist so sehr wichtig für Applikationskarten, da ja Landmaschinen oder Schlepper nur das WGS 84 Koordinatenbezugssystem lesen können. Für den Agrarantrag könnt ihr oder müsst ihr teilweise auch andere Bezugssysteme nutzen, aber wenn es um Applikationskarten geht, muss es unbedingt immer 43 26 sein. Dann wähle ich hier noch bei der Geometrie aus, dass ich den Geometrie-Typ Polygon speichern möchte und ganz wichtig ist hier die Z-Dimension auszuschließen. Anschließend klicke ich dann auf OK. Man sieht, die Datei wurde nun als Schlag9-Harnstoff gespeichert und exportiert. Das heißt, ich kann meine Polygone-Datei hier auch löschen, wenn ich möchte. Die benötige ich nicht mehr. Um nun mir erstmal die Eigenschaften dieser Datei anzuschauen, kann ich die Attributtabelle öffnen. Und ich sehe, hier wurden vom Fendt oder auch von Google Earth verschiedene Spalten schon angelegt, die ich jetzt in diesem Fall für meine Applikationskarte gar nicht benötige. Nun werde ich mir eine neue Spalte anlegen, in dem ich dann zum Beispiel den Harnstoff definieren kann und werde alle anderen löschen, da alle Spalten, die ich hier in dieser Tabelle sehe, auch nachher in dem Schlepper angezeigt werden. Das heißt, die sind natürlich sehr unübersichtlich, wenn hier nachher 10, 15 verschiedene Spalten sind. Dann muss ich die auch immer erst im Schlepper genau raussuchen, welche Spalte brauche ich denn jetzt. Dafür klicke ich hier oben auf den Bearbeitungsmodus, aktiviere diesen und erstelle eine neue Spalte. In meinem Fall nenne ich sie jetzt mal Harnstoff. Und bei Typ wähle ich dann Dezimalzahl aus mit der Länge von 5 und einer Genauigkeit von 2, das heißt 2 Nachkommastellen. Klicke dann auf OK und man sieht dann, wenn man ganz nach rechts scrollt, ist eine neue Spalte entstanden mit dem Namen Harnstoff. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel schon den Standardwert, den ich nutzen möchte für die Karte eingeben. In meinem Fall zum Beispiel 120 Kilo. Und jetzt hat diese gesamte Karte schon einen Standardwert von 120 Kilo pro Hektar Ausbringmenge. Alle anderen Spalten möchte ich löschen. Dafür klicke ich hier oben auf das rote Symbol, Spalte löschen, markiere mir alle Spalten, die ich löschen möchte. Also ich kann das auch einzeln machen, aber auch mit gedrückter Maustaste das immer neu markieren. Und klicke dann anschließend auf OK. Nun hat er den Wert hier nicht übernommen. Das passiert manchmal. Geht jetzt auch nicht. Weiß nicht, woran das liegt, aber ich schließe dann einfach die Attributtabelle nochmal, öffne sie neu und hier ist sie jetzt drin. Das ist auch wieder seltsam. Also es kann manchmal vorkommen, dass er die Werte nicht übernimmt. Dann schließe ich die Tabelle, einmal öffne sie neu, gebe den Wert ein und bestätige das Ganze mit Enter. Normalerweise ist es dann gespeichert. Gerade wenn dieser Wert nach rechts gerückt ist, ist der Wert auch abgespeichert. Das heißt, ich habe die Karte jetzt eigentlich am Ende schon erstellt und könnte sie jetzt schon exportieren, wenn ich möchte. Aber es hilft mir natürlich nicht, wenn ich variabel düngen möchte oder sehen möchte. Von daher möchte ich natürlich auch meine Zonen einzeichnen. Und um das zu machen, benötige ich natürlich, oder ich möchte dann den Hintergrund sehen, damit ich weiß, wo sind denn meine Sandstellen zum Beispiel. Das heißt, ich werde hier natürlich den Hintergrund wieder transparent stellen, so wie wir das im ersten Tutorial auch schon gemacht haben. Also falls ihr nicht mehr genau wisst, wie das geht oder das jetzt ein bisschen zu schnell war, dann guckt gerne das erste Tutorial nochmal mit der Einführung zu Kugels. Dort habe ich das genau beschrieben. Anschließend kann ich dann hier auf den Button Ring füllen klicken. Und mit diesem kann ich dann auch anfangen, einzelne Polygone in der Datei sozusagen oder in dem Feld zu zeichnen. Das heißt, ich weiß, dass hier zum Beispiel eine Sandstelle ist. Dann kann ich jetzt hier das Polygon einfach mit Linksklicks zeichnen. Und wenn ich dann fertig bin, klicke ich einmal rechts und es öffnet sich ein neues Fenster, wo ich dann jetzt auch schon die neue Menge eingeben kann, die ich hier ändern möchte. In diesem Beispiel mache ich mal 60 Kilo. Und das kann ich jetzt so beliebig für alle Zonen machen. Wichtig dabei ist, dass die Parzellen oder die Zonen, die man zeichnet, innerhalb der Fläche bleiben. Und dass man nicht hier außerhalb der Fläche zeichnet, weil das wird zu viel Land führen. Das sieht man jetzt auch. Er kann diese Zonen natürlich nur in der Fläche zeichnen. Genauso kann ich natürlich auch höhere Mengen eingeben. Wenn ich zum Beispiel bessere Stellen habe, könnte ich jetzt 150 Kilo streuen. Oder hier dann auch wieder bei einer Sandstelle 60 Kilo. Also da ist man völlig flexibel. Um das Ganze jetzt abzuspeichern, klicke ich hier oben nur noch einmal auf diese Diskette und schon sind die Layer-Änderungen gespeichert. Also ich könnte sogar die Datei direkt vom USB-Stick laden und sie hier dann zeichnen in Kugis. Und wenn ich dann auf die Diskette einmal raufklicke, dann wäre die Änderung komplett gespeichert, auch auf dem USB-Stick. Das heißt, ich könnte dann ihn sofort nehmen und auf den Schlepper importieren. Das ist der große Vorteil dabei, finde ich. Wenn ich mir jetzt die Werte nochmal anzeigen lassen möchte, direkt in den Zonen, kann ich einfach einen Doppelklick auf die Datei machen. Klicke dann hier auf Beschriftung, auf einzelne Beschriftung und kann mir dann hier auswählen. Ich habe ja nur eine Spalte in diesem Fall, deswegen schlägt er das hier gleich vor. Sonst könnte ich jetzt hier noch die Datenspalte aus meiner Attributtabelle auswählen und klicke dann hier unten auf Anwenden. Man sieht es jetzt schon so ganz leicht im Hintergrund. Man könnte das Ganze jetzt hier noch etwas größer machen. Größer, nicht kleiner. Und einen Puffer zum Beispiel um die Schrift rumzeichnen. Und so sieht man dann jetzt hier, kann man genau die Mengen sehen, die man jetzt eingegeben hat. Das ist immer ganz schön, wenn man nochmal eine Übersicht haben will. Wie viel Menge habe ich denn jetzt wo eingegeben? Um die Zonen jetzt noch zu bearbeiten, das kann man natürlich auch noch machen, könnte ich hier auf die Attributtabelle gehen. Und ich wähle dann in diesem Fall immer die Auswahl nach oben aus. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Feld auswähle per Hand, springt das richtige Fenster dafür nach oben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Zelle ändern möchte, springt diese hier nach oben. Und ich könnte jetzt hier eingeben, ich möchte doch nur 140 Kilo streuen. Und so kann ich hier jede Zelle auch im Nachhinein noch nachbearbeiten. Und kann dann sagen, ich möchte doch keine 60 streuen, sondern nur 40. Und kann das natürlich auch genauso wieder ändern. Und dann, ich möchte euch jetzt noch eine Sache zeigen, wie man das Ganze natürlich per Hand zeichnen kann. Wenn ich eine neue Shape-Datei erstellen möchte, klicke ich hier oben auf neue Shape-Datei. Wähle mir hier den Ordner aus, wo ich das Ganze speichern möchte. Upsala, so. Und speichere das jetzt unter Schlag 9 Hand ab. Wichtig ist wie gesagt wieder der Polygon-Typ und das EPSG, Koordinatenbezugssystem. Richtig einzustellen. Hier nehme ich dann wieder die Werte, die ich vorhin hatte. Füge also genau die gleiche Sache wieder dem Schlag hinzu. Bis dahin bleibt alles genauso wie vorher auch. Ich gehe hier wieder in den Editierungsmodus. Und jetzt kommt die Version, in der ich mit der Hand zeichne. Das heißt, ich muss hier jetzt ein Polygon-Objekt hinzufügen, um erstmal überhaupt einen Layer zu zeichnen. Das ist eigentlich der einzige Unterschied zu der Version, wo ich die Feldgrenze vom Schlepper nutze. Hier muss ich also erstmal eine neue Grenze zeichnen. Das kann entweder sehr genau, aber auch sehr grob sein. Je nachdem, wie man das möchte. Wenn ich das Ganze beenden möchte, klicke ich einmal rechts. Und der fragt mich hier wieder, was ist deine Standard-Ausbringmenge in diesem Fall. Ich gebe hier jetzt mal wieder 120 Kilo ein und damit ist die Fläche schon fertig gezeichnet. Nun kann ich hier auch wieder den Hintergrund transparent schalten, um dann einfach besser sehen zu können. Und kann hier genauso wie vorhin auch die Flächen wieder einzeichnen. Gut, ich habe jetzt also beide Karten soweit erstellt. Einmal die Hand gezeichnete, einmal die mit Feldgrenze gezeichnete oder erstellte. Und kann jetzt diese Karten in meinen Stick oder auf meinen Stick laden. Und dafür werde ich mir den jetzt hier mal raussuchen. Ich habe hier einen Ordner VRC. Ich werde mal die beiden groß machen. Und ich markiere mir dann einfach alle Daten, die ich hier auf dem Stick habe. Das sind ja diese beiden, da sind dann aber noch mehr Dateiendungen dabei. Kopiere das Ganze, klicke hier auf den Stick, klicke einmal auf Einfügen. Und nun habe ich schon beide Karten erstellt oder kopiert. Einen Hinweis noch für die verschiedenen Schlepper. Bei Fendt ist es so, dem ist es eigentlich vollkommen egal, wo die Dateien liegen auf dem Stick. In diesem Fall ist es so, dass ich auf dem USB-Stick noch einen VRC-Ordner erstellt habe. Dem ist es vollkommen egal. Da könnten auch noch zwei Unterordner sein. Ich habe den Eindruck, er findet sie trotzdem alle. Beim John Deere zum Beispiel ist es etwas anders. Der benötigt den Ordner RX. Das heißt, ich hätte dann hier auf meinem USB-Stick den ersten Unterordner. Den würde man RX nennen. Und in diesem Ordner würde man dann zum Beispiel alle Applikationskarten laden. Das ist noch ein wichtiger Hinweis. Wie gesagt, sonst findet der John Deere es zum Teil nicht. Ich weiß nicht, wie es bei den aktuellen Modellen ist, aber früher war es auf jeden Fall so. Dem Fendt ist es wie gesagt egal. Gut, damit haben wir die Dateien eigentlich schon auf den USB-Stick kopiert und müssen sie nur noch auf den Schlepper bringen. Wenn euch das Ganze bis hier schon gefallen hat und euch geholfen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und genauso über ein Like. Und wenn ihr Fragen oder Probleme habt, dann schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Und da kann ich euch gerne weiterhelfen. Und jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal auf die Schlepper gehen. Und ich werde das Ganze in ein Fendt One System importieren und genauso in ein altes System, also die S4 Maschinen. Wir sind jetzt hier auf einem Fendt S4 Schlepper und ich möchte euch jetzt hier zeigen, wie man die Applikationskarten importieren kann und dann natürlich auch an die Maschine übergeben kann und auch auf dem Display anzeigen lassen kann. Als erstes muss ich meinen USB-Stick hier unten unter dem Display einstecken. Dann kann ich mit dem Menü hier rechts, mit dem vierten Button, dort wo das Terminal zu sehen ist, in das Menü des USB-Sticks gelangen, indem ich hier ein zweites Mal drauf tippe. Und dort gibt es dann den dritten Knopf von oben, den USB-Button, der mich dann zu meinem USB-Stick auch führt oder zu den Daten grundsätzlich auf dem Schlepper. Hier muss man nur einmal klicken und sich nicht wundern, wenn es ein bisschen dauert. Er muss nun natürlich erstmal den gesamten Inhalt des USB-Sticks laden und das dauert immer eine gewisse Zeit, je nachdem wie viel Daten man auf dem Stick geladen hat. Hier kann man zum Beispiel nun auch seine Flächen anzeigen lassen, aber auch die Shape-Dateien. Man sieht nun, auf dem Schlepper sind noch keine Dateien vorhanden, aber unsere handgezeichneten und auch von der Fendt-Grenze erstellten Applikationskarten sind auf meinem USB-Stick zu sehen. Ich kann diese nun mit dem Einzelnen markieren und mit dem dicken Pfeil nach oben auf den Schlepper kopieren. Ich könnte aber auch alle Karten, die er findet auf dem Stick, mit diesen drei Pfeilen nach oben auf den Schlepper direkt kopieren. Nun sind beide Karten auf dem Schlepper. Ich kann nun zurück in das Hauptmenü gehen und hier auf dem dritten Knopf ins VarioDoc Pro Menü gehen und dort einen neuen Auftrag erstellen. Diesen nenne ich dann wieder meinetwegen Hasto in diesem Fall. Wähle diesen aus und dann kommt die Info, dass der Schlepper das ISO-Bus-Steuergerät hinzugefügt hat. Wichtig ist, wie gesagt, dass man, wenn man eine Karte anzeigen lassen will, immer ein ISO-Bus-Gerät angehängt hat. Jetzt sieht man hier, ich habe hier erstmal eine Sehmaschine angehängt und diese hat zwei Funktionen, das heißt zwei verschiedene Dosierer. Genauso ist es bei unserer Horsch Focus auch der Fall. Wir können zwei verschiedene Dosierer mit auch zwei verschiedenen Applikationskarten zum Beispiel ansteuern. Das heißt, eine Karte ist für die Saatgutausbringung zuständig und eine andere Karte ist für die Ausbringung von dem Dünger parallel dazu zuständig. Wenn ich nun die Karte hier auf den ersten Dosierer laden möchte, tippe ich auf keine Sollwertvorgabe und kann hier schon die beiden Karten auswählen. Ich nehme nun erstmal die von der Feldgrenze erstellte Karte und man sieht nun auf der rechten Seite ist unsere Karte als Vorschau und dazu dann auch die Legende, wo werden welche Mengen gestreut. Ich bestätige das mit dem grünen Haken hier unten und wenn ich die Karte nun abarbeiten möchte, muss ich nur hier oben auf den Aufnahmeknopf drücken und das Feld hier wird grün. Sobald dieses Feld grün erscheint, übernimmt der Schlepper die Steuerung bzw. übergibt die Werte der Karte an die Sämaschine oder an den Düngerstreuer entsprechend ab. Genauso funktioniert es natürlich auch mit der handgezeichneten Karte. Ich kann dann hier wieder auf diese Auswahl gehen und meine handgezeichnete Karte auswählen. Und auch hier erhalte ich wieder die Übersicht meiner Karte. Wenn ich nun die Karte auf dem Schlepper auch anzeigen lassen will in dem Lenksystem, muss ich als erstes natürlich den Schlag auswählen bzw. wenn ich schon auf dem Schlag stehe, ist dieser ja schon ausgewählt. Ich mache das hier jetzt mal mit Hand. Wähle den entsprechenden Schlag aus. Nun fragt er mich, welche Spur ich nutzen möchte. In diesem Fall nutze ich mal unsere normale Leitspur. Und hier wird nun auch, wenn man es so eingestellt hat, wird hier nun der Auftrag schon vorgeschlagen, der hier schon aktiviert ist bei uns. Das ist der Auftrag, den wir eben erstellt haben. Nun sieht man hier, dass dort VRC Rekord steht. Das heißt, der Auftrag ist mit Applikationskarte aktiv. Und ich kann nun meine Applikationskarte auch als Hintergrund anzeigen. Ich mache das jetzt mal, weil ich nicht auf dem Feld stehe, mit der Feldübersicht. Das ist unser Schlag, wo wir auch die Applikationskarte für erstellt haben. Und um nun die Karte anzuzeigen, gibt es hier unten ein graues Fenster. Und ich kann hier die Applikationskarte auswählen. Nun sehe ich hier auch die Zonen, die ich gezeichnet habe. Und hier links kann ich mir auch die Legende anzeigen lassen. Ich kann diese auch ausblenden, je nachdem, wie ich das möchte. Die Karte ist jetzt immer aktiv. Das heißt, selbst wenn ich hier die Ansicht ändere, sieht man, dass die Karte immer noch im Hintergrund vorhanden ist. Wenn ich den Auftrag dann beenden möchte, gehe ich wieder in das VarioDoc-Menü und kann den ganzen Auftrag pausieren oder nachher, wie gesagt, auch beenden. Ich klicke dann hier auf OK. Der Auftrag wird exportiert als ISOXL3 und ist nachher auf meinem Schlepper verfügbar. Oder ich kann es hier in den Einstellungen so einstellen, dass ich zum Beispiel auch per Mobilfunk, das heißt über das VarioDoc Pro oder per Bluetooth an meinem Büro oder in Büronähe, die Daten versenden kann. In meinem Fall nutze ich den USB-Stick und könnte jetzt den gleichen Auftrag, den ich jetzt abgearbeitet habe, mir auf den USB-Stick kopieren. Dafür gehe ich wieder in das gleiche USB-Menü und kann jetzt hier den Block auswählen. Und man sieht, hier ist jetzt eine neue Task-Data entstanden, die ich mir dann auf den Stick kopieren kann. Soweit erstmal der Überblick auf einer S4-Maschine. Jetzt gehe ich nochmal rüber auf eine Fend1-Maschine und zeige euch da auch nochmal, wie das Ganze dort vonstatten geht. Nun befinden wir uns auf einem Fend1-Schlepper mit Fend1-System und ich möchte euch hier genauso zeigen, wie man die Karte importiert. Das ist im Grunde nicht komplizierter als auf dem anderen. Ich habe bereits den USB-Stick eingesteckt und dann fragt der Schlepper als erstes, ob ich das Menü öffnen möchte. Das kann ich dann direkt machen, indem ich hier auf das grüne Häkchen gehe. Dann sehe ich hier unten das Menü Wechseldatenträger. Dort tippe ich einmal auf diesen USB-Stick und kann jetzt hier oben mit dem Filtermenü oder der Filterfunktion direkt die Karten filtern. Links sehe ich jetzt die Dateien, die auf dem Schlepper sind, intern. Und hier rechts die Spalte ist sozusagen der Wechseldatenträger. Hier ist der Ordner, den ich vorhin angelegt habe. Ich tippe mal einmal auf VRC und nun kann ich hier alle Daten, die ich kopieren möchte, auswählen und klicke dann hier unten auf diesen dicken Pfeil. Er fragt mich, wohin ich das Ganze importieren möchte, kopiere das Ganze auf den Schlepper und schon sind die Daten importiert. Wenn ich die Dateien jetzt verarbeiten möchte, muss ich auch hier einen neuen Auftrag anlegen. Dazu gehe ich in die Traktorfunktion und suche den Block. Das ist wieder das Task-Doc-Menü und erstelle auch hier, so wie im anderen Schlepper, einen neuen Auftrag. Ich nenne diesen beispielhaft mal wieder Harnstoff. Nun habe ich hier die Möglichkeit, auf das Schlepper-Symbol zu klicken und hier sehe ich dann den Schlepper plus das Anbaugerät. Wie gesagt, auch hier ist es der Fall, man muss ein Isobus-Anbaugerät angehängt haben, damit man die Karte nachher überhaupt auswählen kann. In diesem Fall habe ich wieder ein Isobus-Dongle angehängt und habe hier wieder beide Funktionen sichtbar. Ich kann nun hier auf keine Sollwertvorgabe klicken und kann hier wieder beide Karten auswählen, die ich vorhin gezeichnet habe. Hier kann man auch direkt im Vergleich die Unterschiede sehen. Wenn ich das Ganze nun aktivieren möchte, klicke ich hier unten auf den grünen Haken und werde hier oben dann mit dem Aufnahmeknopf den Auftrag starten. Man sieht dann hier diesen grünen Punkt und jetzt könnte man sozusagen die Fläche abfahren und normalerweise sollte jetzt ab jetzt der Schlepper die Menge an den Streuer melden, wo er wie viel ausbringen soll. Wenn ich die Karte noch ändern möchte, kann ich hier einfach die andere Karte anwählen. Zum Beispiel drücke ich dann OK und er sollte dann auch diese Karte abfahren. Das Ganze kann man sich nachher auch im Menü anzeigen lassen. Ich habe jetzt den Schlag nicht ausgewählt. Das müsste ich als erstes tun. Doch, habe ich schon. OK. Dann kann ich hier die Karte auch auswählen und sehe dann nachher auch die Karte auf meinem Display, während ich streue und kann so feststellen, wann kommt die Menge. Und wann kann ich zum Beispiel damit rechnen, dass die Menge hoch oder runter gestellt wird. Außerdem kann man die Karte natürlich auch per VarioDoc Pro, also über den Server, direkt auf den Schlepper laden. Das heißt, man braucht nicht mehr mit einem USB-Stick zur Maschine laufen. Das ist natürlich ganz vorteilhaft. Es hat allerdings einen großen Nachteil. Ich kann die Karte nicht mehr faktorieren, wie ich es zum Beispiel mit einer Shape-Datei kann. Also das heißt, ich kann mit der Shape-Datei hier auswählen. Ich möchte zum Beispiel 10% oder 20% in diesem Fall meinetwegen mehr streuen. Dann kann ich diesen Faktor hier eingeben und ich sehe gleich, hier werden die Mengen um 20% angepasst. Das kann ich mit einer ISO-XML-Datei nicht tun. Aus dem Grund nutze ich bis heute immer noch Shape-Dateien. Wenn ich dann den Auftrag erledigt habe, kann ich hier einfach rechts auf diesen Block gehen mit dem Haken daneben. Das heißt, dass ich den Auftrag erledigt habe. Wenn ich jetzt schon gefahren wäre, würde er mir hier die Verbräuche anzeigen von Diesel und AdBlue, die Arbeitszeit und auch die Hektar, die ich gemacht habe. Um den Auftrag dann abzuschicken, klicke ich hier auf den grünen Pfeil. Dann ist der Auftrag aber auch komplett gelöscht. Ich kann mir aber auch eine Kopie erstellen und den abgearbeiteten Auftrag dann abschicken. Ich habe dann trotzdem auf dem Schlepper noch weiterhin eine Kopie im Hintergrund. Dann wird das Ganze vorbereitet und ich könnte es hier auch vom Schlepper direkt wieder auf den Stick zurückkopieren. Dafür gehe ich wieder in das Menü, Wechseldatenträger, Filter hier auf Aufträge. Und hier ist der Auftrag, den wir gerade erstellt haben. Wenn ich den mit dem dicken Pfeil hier auf den Datenträger ziehe, ist der Auftrag automatisch kopiert und ich kann ihn auf dem PC weiterverarbeiten. Wie ihr seht, ist es gar nicht so kompliziert, die Flächengrenzen von einem Schlepper direkt in Kugis zu importieren und daraus eine Applikationskarte zu machen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Video, konntet etwas dabei lernen und freue mich, wenn ihr mir einen kleinen Daumen hinterlasst oder auch meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann gerne ins Kommentar schreiben oder mir eine Nachricht auf Instagram schreiben, at Konrad Harbert. Ich freue mich auf ein neues Video. Bis demnächst.